Und der ehemalige Hertha-Boss Freddy, oder Freddy, ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird, Bobic, du merkst schon, im Fußball hat keine Ahnung, der will von Hertha eine fette Abfindung und hat Hertha verklagt wegen der Kündigung. Da habe ich jetzt so ein paar Pressemeldungen gesehen, wo einiges durcheinander geht. Ich will das mal als Aufhänger nehmen, euch so ein bisschen die juristischen, die arbeitsrechtlichen Hintergründe vom Fußball, wie gesagt, habe ich keine Ahnung, da will ich nichts zu sagen, ja, aber die in solchen Fällen, wenn jetzt so Führungskräfte, sagen wir mal so, gekündigt werden, die da typischerweise problematisch sind, das kann man nämlich an diesem Fall Bobic sehr gut sehen. Und werdet euch so ein bisschen die rechtlichen Hintergründe, die sich da möglicherweise abspielen, ein bisschen beleuchten. Und hier haben wir wieder so ein Beispiel, das Journalisten natürlich teilweise nicht richtig verstehen und dann in den Artikeln das so ein bisschen schräg rüberkommt. Fangen wir mal mit der aktuellen Meldung an, die ich da als Aufhänger mal nehmen will, weil das war genau das, wo ich stutzig geworden bin und ich dachte nämlich, das Ding ist längst erledigt. Hier heißt es nämlich bei Watson, Hertha BSC will Ex-Boss Bobic Abfindung zahlen, Summe sorgt für Aufsehen, ja, und da geht es dann in dem Artikel darum, dass hier ein Angebot gemacht worden ist und der, es heißt dann hier so schön, Bobic klagte vor Gericht, doch der Prozess dazu findet erst Ende Februar 2024 statt. Hä? Der klagt und der Prozess findet erst später statt. Der Prozess findet in dem Moment statt, wo du die Klage einreichst. Und das ist, und das hatte hier RBB ursprünglich auch richtig so berichtet, das ist bereits, ihr wisst ja, drei Wochen habt ihr Zeit nach der Kündigung, ja, das ist bereits im März passiert, hat er die Klage beim Arbeitsgericht eingereicht, ja, und da gab es auch schon eine Güteverhandlung. Und wenn man jetzt so ein bisschen weiter guckt und überlegt, was meinen die denn jetzt hier bei Watson, ja, Sherlock und Watson, was meinen die hier eigentlich, die gelten doch allgemein als schlau, Watson, dann hilft ein weiterer Artikel, ja, wo hier nämlich RBB berichtet hat, dass der Termin für 2024 terminiert wurde vor dem Berliner Landgericht, vor dem Berliner Landesgericht, ja, das Berliner Landgericht, ja, das Berliner Landgericht, streiche ES, Amtsgericht und Landgericht, ja, aber warum jetzt denn, hä, vor dem Landgericht? Landgericht, da ist Folgendes passiert, Bobic hat erst mal vor dem Arbeitsgericht geklagt, ja, und hat argumentiert, ich bin Arbeitnehmer. Das Arbeitsgericht hat hier in dem Fall, ähm, die, der Dr. Streicher, ja, das wird hier auch in der Presse erwähnt, da kann man es auch so sagen, ja, wenn die das wenigstens richtig haben, der hat festgestellt, hm, ich weiß nicht, ob das vor die Arbeitsgerichte gehört, ich glaube nicht, dass der Arbeitnehmer ist. Denn es ist keineswegs selbstverständlich, dass man als Geschäftsführer Arbeitnehmer ist, ja, und, ähm, unter Umständen, ich will jetzt nicht in die Details gehen, gehört der Streit also gar nicht vor die Arbeitsgerichte. In diesem Falle, wenn das gerügt wird, die Unzuständigkeit zumindest, muss das Gericht darüber entscheiden und wenn jetzt der Kläger, der vor dem Arbeitsgericht geklagt hat, einen entsprechenden Verweisungsantrag stellt, dann wird das vom Gericht verwiesen. Ansonsten, wenn er das nicht macht, riskiert er, dass die Klage jetzt unzulässig, Klammer auf, weil vor dem falschen Gericht erhoben, abgewiesen wird. Und das will keiner, ja, also wenn wir unsere Klage vor dem, in zweifelhaften Fällen, bringen wir die erstmal vor das Arbeitsgericht. Warum? Naja, Arbeitsgerichte sind im Allgemeinen, ähm, arbeitnehmerfreundlicher. Ich sage im Allgemeinen, weil es natürlich auch Richter gibt, die nicht so arbeitnehmerfreundlich sind, ja. Im Allgemeinen hoffen wir aber auf Karl Marx, der immer gesagt hat, das Sein prägt das Bewusstsein. Die Arbeitsrichter, die wenden Arbeitsrecht täglich an. Arbeitsrecht, sage ich euch immer, als Arbeitnehmerschutzrecht. Der kleine, arme Arbeitnehmer soll vor dem fiesen, großen, bösen Arbeitgeber geschützt werden durch das Arbeitsrecht. Und, ähm, da die das immer anwenden, sickert das sozusagen in deren DNA ein und der Arbeitsrichter ist deswegen arbeitnehmerfreundlicher. Während beim Landgericht die Richter gewöhnt sind, dass sich da sozusagen starke, mit starken Streiten, da geht es wirklich irgendwie darum, wer, ich sage jetzt nicht, wer wirklich recht hat, aber da geht es darum, dass gleichberechtigte Partner aufeinander treffen. Da ist dieser Schutzgedanke vor dem Landgericht einfach nicht so stark. Deren DNA ist, hier kommen zwei Gleichberechtigte, ja, mal ganz simpel psychologisch argumentiert. Deswegen ist ein Grund, warum man lieber vor das Arbeitsgericht will. Naja, und dann für Arbeitnehmer, Arbeitsschutz, Arbeitsrecht, also Arbeitsrecht als Arbeitnehmerschutzrecht, ja, gelten dann halt auch andere Vorschriften. Und da kann man dann auch nochmal an der einen oder anderen Stelle argumentieren bis hin zur Frage Kündigungsschutz und so weiter, ja, Kündigungsschutzgesetz und so weiter und so fort. So, jetzt könnte folgende Frage, also dort hat das nicht geklappt, ja, man hat, stellt dann sicher selber einen Verweisungsantrag, das Gericht hat das geprüft und hat gesagt, nee, das nicht. Und, äh, äh, weiter, äh, verwiesen. So, ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, hm, der ist kein Arbeitnehmer, trotzdem kriegt der jetzt so eine fette, also kommen wir jetzt mal zurück zu Watson, ja. Watson, äh, wieso, wenn der nicht Arbeitnehmer ist, warum, 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 warum reden wir von so hohen Abfindungen. Und, ähm, Bredereck erzählt doch immer die Abfindungszeit der, ähm, Arbeitgeber, weil der Arbeitnehmer Kündigungsschutz hat und der Arbeitgeber jetzt vermeiden will, dass er jahrelang prozessiert und den am Ende an der Backe hat und das ganze Gehalt nachzahlen muss. Da kommt jetzt eine kleine Besonderheit rein, die du, aber wenn du selber Führungskraft bist oder Geschäftsführer sogar, die du natürlich berücksichtigen musst, hier gibt es vertraglichen Kündigungsschutz. Darüber berichtet Watson jetzt hier auch so ein bisschen, der Bobic hatte einen längerfristigen Vertrag und, ähm, äh, noch eine Verlängerungsoption. Und da kann dann natürlich eine Menge Geld, ähm, ja, eine Menge Geld, ähm, noch auflaufen bis zum regulären Ende, was der, äh, Verein bezahlen muss. Und wenn er Bobic nicht beschäftigt, weil er sagt, ich hab längst einen guten Neuen, mit dem wir jetzt, äh, aufgestiegen sind oder aufsteigen wollen oder was auch immer wollen, ja, dann kann er natürlich sagen, äh, ich will den nicht mehr zahlen. Ja, und was macht der Verein? Was hat er in diesem Fall gemacht? Was hat er übrigens auch in anderen Fällen gemacht? Habe ich hier auch gelesen, ne, die haben ja noch ein paar andere Leute auch, äh, fristlos, äh, gekündigt, äh, und, und, und einen auch betriebsbedingt, ja. Ja, in solchen Fällen hier wie in dem, also Ex-Pressesprecher Markus Jung wurde betriebsbedingt wohl noch gekündigt, sagt Watson und, äh, wartet auf seine eine Abfindung. Naja, betriebsbedingte Kündigung ist auch immer ein bisschen schwierig, ja, da, da, da ist wohl so tatsächlich dann ein Arbeitnehmer mit Kündigungsschutz, wo man wahrscheinlich was zahlen muss. Und den Jugendleiter haben sie auch, äh, fristlos gekündigt, ja, alles rausgeschmissen, so. So, und jetzt, ähm, ist das so, wenn du fristlos kündigst, brauchst du einen Grund für die fristlose Kündigung, und da sag ich euch ja immer, das muss so im Bereich der Strafbarkeit fast sein. Also jedenfalls ein ganz schwerwiegender Vertragsverstoß, dass der eine fristlose Kündigung, ähm, rechtfertigt, sonst kannst du nur ordentlich kündigen, und, äh, ordentlich wiederum, ähm, ist der Vertrag, wenn er hier befristet war mit Verlängerungsoption, halt nicht kündbar, ja. So, ähm, das bedeutet jetzt wiederum, ja, also wenn er keine Kündungsmöglichkeit vorsieht, ja, dann ist er halt nicht ordentlich kündbar. Wenn du, du kannst, du, wenn du einen befristeten Arbeitsvertrag machst, sag ich euch ja immer, da muss da auch drinstehen, dass er vorab ordentlich kündbar ist, sonst ist der ordentlich nicht innerhalb der Befristungszeit kündbar. Und wenn da eine einseitige Verlängerungsoption drin ist, kann der Arbeitnehmer die ziehen. Da kommst du mit einer ordentlichen Kündigung nicht gegen an, auch wenn du vielleicht gar keinen Kündungsgrund brauchst, weil kein Kündigungsschutzgesetz gilt, wie in dem Fall wahrscheinlich. Der Bobic wird bei der Vertragsverhandlung, der wusste ja, wo er hinfährt, nach Berlin, ja, ist immer heikel, äh, wenn man, wenn man jetzt, weiß ich, woher kommt, dann ist das vielleicht heikel, ja, insofern wird er schon genau gepruft haben, oder seine Anwälte, worauf sie sich da einlassen, sodass wir jetzt mal davon ausgehen können, der ist safe, der ist also nicht ordentlich kündbar, du brauchst also einen Grund für eine fristlose Kündigung. Nächste Frage, haben wir so einen Grund? Da berichtet ja Watson so ein bisschen drüber, was da so passiert war. Nee, Watson war das nicht, das hatte wiederum der RBB berichtet. Und war hier zu dem Ergebnis gekommen, dass es wohl um eine Weitergabe vertraulicher Informationen aus Verhandlungen mit dem US-Investor oder, äh, 70, 70, 70, nee, 7, 7, 70, oder was auch immer, 700, 70, 700, Partners gehen soll, ja, also, ähm, hier irgendwelche Weitergaben, ja, dazu kann man immer sagen, ähm, mit Weitergaben ist das immer so eine Geschichte bei Verhandlungen, da muss man ja Informationen geben, wenn man Verhandlungen führt, ja, ob das für eine fristlose Kündigung reicht, dann soll der, äh, und das könnte schon eher ein Problem sein, dann soll der einem Reporter, ähm, äh, Schläger angedroht haben. Wenn du nochmal fragst, kriegst du eine gescheuert, sagte der 51-Jährige im Weggehen zu dem RBB, ähm, Reporter. Ja, das ist schon was, was man von einem Trainer nicht so erwartet, aber auch hier muss man wieder sehen, das war eine Derby-Niederlage gegen Union Berlin am 28. Januar. Und liebe Fußballfreundin, seht's mir nicht, seht's mir nach, ich weiß auch nicht, was man sich über so ein Fußballspiel, also, ich bin der, der es am meisten versteht, was soll man sich darüber unterhalten, wenn du gewonnen hast, hast du gewonnen, dann quatschen ja alle, wie toll du gewonnen hast, wenn du verloren hast, hast du verloren, dann kannst du auch nur sagen, wie schlecht das war, aber was will man da so viel sagen, und wenn dann immer wieder die gleichen Fragen gestellt werden, dass jemand nach dieser Anspannung und dieser Niederlage mal dann die Nerven verliert, ich meine, der ist ja nicht auf den losgegangen und hat ihm eine gescheuert, sondern er ist einfach verbal ausfallend geworden. Ich persönlich würde sagen, das ist ein Fall für eine Abmahnung, ja, das auf jeden Fall, das ist auch ein Pflichtenverstoß, aber ich hätte erhebliche Zweifel daran, dass das für eine fristlose Kündigung reicht, aber für Ausgeschlossenheit ist auch nicht, also probiert hätte ich das, wenn ich den loswerden will hier anstelle von Hertha tatsächlich auch, das muss ich ganz klar sagen, ja. So, dann gibt es noch eine weitere Geschichte wohl, ähm, dass hier Markenbotschafter Axel Kruse 100.000 Netto im Jahr erhalten hat mit der Verlängerungsoption Gesamtbezüge 450.000, unverhältnismäßiges Gehalt für Kruse, mit dem er befreundet war und so, naja, also da müssen wir auch mal sagen, wir wissen ja, was in der Branche so gezahlt wird, für allen möglichen Quatsch, ja, und, ähm, hier kommt es halt schlichtweg, das wissen wir jetzt nicht, welche, äh, welche, ähm, Möglichkeiten er im Innenverhältnis hatte, ja, aber, äh, wenn du der Chef von so einem Laden bist und diese Entscheidungsoption hast, dich da nicht rückversichern musst, was wir alles gar nicht wissen, vielleicht hat der sich sogar rückversichert, ja, das würde ich machen, aber hat der vielleicht sogar, äh, äh, der Arbeitgeber zieht ja jetzt alles, äh, herbei, was irgendwie geht, ja, dann muss man vielleicht sagen, äh, ist das auch kein Grund für eine fristlose Kündigung. Nur weil du jemanden anhörst, äh, und ihm dann für eine Leistung etwas bezahlst, bist du nicht im Bereich von irgendeiner untere Strafbarkeit oder sonst was, ja, und von Strafverfahren haben wir jetzt ja auch ja nichts gehört, das wäre ja sonst eine Frage, wo man, äh, wo man theoretisch ja auch eine Anzeige machen müsste sogar unter Umständen als Geschädigter, ja, weil diese, die Verantwortlichen bei Hertha sind ja auch, äh, verantwortlich für, äh, für das Vermögen von Hertha. Hat man jetzt, also habe ich jetzt zumindest hier nirgendwo gefunden, ja, äh, sodass man sagen muss, ähm, die Idee, das Ganze hier mit einem Vergleich zu beenden, sprich dem, was zu bezahlen, ist wahrscheinlich nicht die schlechteste. Die Idee, das zügig zu machen und nicht erst den Verhandlungstermin abzuwarten, ist noch besser, weil das nutzt doch niemandem hier, Stichwort Markenbotschafter und Image und so weiter. Das nutzt weder, äh, Bobic noch härter, ja, sodass man wohl ganz klar sagen muss, hier ist, äh, dringend, äh, Einigungs, äh, sind dringend Einigungsbemühungen erforderlich, die es höchstwahrscheinlich hinter den Kulissen auch gibt, ja, und möglicherweise hat man ja auch hier irgendwas an die Presse durchgegeben, um das ein bisschen zu befeuern. Ähm, andersherum, äh, muss man natürlich sehen, dass die Parteien manchmal in solchen Situationen einfach die Mithilfe des Gerichts brauchen. Und da ist übrigens ein weiterer Grund, warum man gerne erst mal vor das Arbeitsgericht geht. Da hat man erst mal schnelle Termine, während, wie wir hier jetzt sehen, beim Landgericht das länger dauert, liegt einfach daran, dass es beim Arbeitsgericht in, äh, Kündigungssachen, den Beschleunungsgrundsatz gibt, plus immer diesen vorgelagerten Gütetermin, wo die erst mal zügig zusammenkommen und man erst mal darüber redet. Bis zum Kammertermin dauert es dann beim Arbeitsgericht auch ein bisschen länger und der Kammertermin ist dann hier jetzt eher vergleichbar mit dem Termin vor dem Landgericht 2024, wenn die sich nicht einigen. Wenn du zu diesem ganzen Prozedere Fragen hast, frag gerne, was kannst du daraus jetzt mal lernen für dich als Stino-AN, stinknormaler Arbeitnehmer, kannst du folgendes lernen. Wenn du selbst keinen Kündigungsschutz hast, weil du als Geschäftsführer oder als was auch immer eingestellt wirst oder weil du in einem kleinen Betrieb arbeitest und dort das Kündigungsschutzgesetz nicht Anwendung findet, musst du selbst im Vertrag für deinen Kündigungsschutz sorgen. Wenn du das nicht machst, dann stehst du halt mit leeren Händen da. Die Leute, die jetzt mehr verdienen, die jetzt in verantwortliche Positionen gehen, denen kann ich das nur dringend raten. Grenzfrei sind immer die leitenden Angestellten. Da ist das Problem, wenn du leitender Angestellter bist, echter leitender Angestellter, dann kann ja der Arbeitgeber dir kündigen. Er muss dir dann zwar unter Umständen Abfindung bezahlen, aber eben, wenn er einen Auflösungsantrag stellt, weil du leitender Angestellter bist, nur im Höhe des so Üblichen, da wären wir dann mit diesem halben Bruttomonatsgehalt pro Beschäftigungsjahr. Das macht einen Unterschied. Wenn ein leitender Angestellter zu mir kommt nach einem Jahr Zugehörigkeit, der ist echter leitender Angestellter, dann sage ich dem, das wird schwierig. Der Arbeitgeber wird einen Auflösungsantrag stellen, wenn er nicht dumm ist und hilfsweise zumindest. Und dann haben wir ja maximal ein halbes Bruttomonatsgehalt, vielleicht sogar ein bisschen mehr, wenn das Gericht sagt, ja in dem Fall ein bisschen mehr. Aber sind wir sehr limitiert. Bist du kein leitender Angestellter, dann geht es exorbitant nach oben. Ja, weil dann greift das ganz normale Kündigungsschutzgesetz. Ich habe in den letzten Jahren keinen echten leitenden Angestellten erlebt, bis auf wenige Ausnahmefälle. Ja, wirklich ganz selten jemand, der gesagt hat, ich bin leitender Angestellter. Wenn ich dann so nachfrage, ja, durftest du denn selbstständig einstellen und entlassen? Dann kommt fast immer, theoretisch ja, im Vertrag stand es auch, aber faktisch musste ich noch den und den fragen. Oder musste mir das noch da und da eine Unterschrift holen. Ja, ich habe es zwar so weit entschieden, aber ich brauchte noch die Unterschrift von dem und dem. Wichtig zu merken, in solchen Situationen ist es immer gut, wenn du kein leitender Angestellter warst. Für dein Arbeitszeugnis und so weiter ist das eine andere Frage. Für deine Führungsverantwortung, die du nachweisen kannst, ist das eine andere Frage. Aber konkret für den Pokern um eine lukrative Beendigung ist der leitenden Angestellte nicht gut. Genauso wenig übrigens wie der Geschäftsführerposten. Wenn du da einen guten Vertrag hast, dann berufst du dich auf den, greift aber zusätzlich noch das Kündigungsschutzgesetz, weil du vielleicht als Arbeitnehmer geführt wurdest. Dann ist das natürlich immer noch viel besser.